Hallihallo meine Freunde, willkommen zurück zu Xdiviant hier bei 35 Grad im Aufnahmezimmer. Und ja, brrrr, letzte Runde, alter Schwede. Keine Chance gehabt, überhaupt keine Chance gehabt. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie es heute läuft. Und wir haben ein Match gefunden, er gibt uns das letzte Match, brauchen wir nicht angucken. Wir haben eine Lobby, die wird gesucht jetzt und wir spielen zusammen, oh Gott, mit Ossi. Ossi ist immer geil. Mike, Nono, Mike, Domse, Babas, Twizy, Itates, NG, hab ich jemanden vergessen? QW, QW, haben aber ich noch und Guest NH, H, T, S, A, N, H, N, H, N, H, N, H, N, N, H, 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 N, H. Okay, ich hab's probiert. Ich hab's probiert. So, und wir spielen Midway. Eskortieren. Letzte Runde haben eskortierung gespielt. Ich hoffe, ich werde nicht wieder ans Match reingeschmissen hier. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, dass das Match direkt von Anfang an anfängt hier. So, vamos, auf geht's. Wir eskortieren auf allen Vieren. Ein Spieler wird noch gesucht. Wir sind also im Moment in Unterzahl. Normalerweise hat er auf Echelon gewechselt. Pass auf, dann können wir ja eigentlich auch nochmal die Fraktion wechseln. Wir nehmen unser... Roger, bin dabei. Nee, wir nehmen... Eskortieren. Bring das Paket in Bewegung. Schalte alle aus. Die Magazinbarrieren. So. Gut. 25 Sekunden noch. Dann heißt es hier, Feuer frei. Und wir können uns ja mal die Maps so ein bisschen anschauen. Boah, mega. See of Thieves. Äh, nicht See of Thieves, bin ich blöd. Ah man, ihr wisst ja, was ich meine. Solar Pirates. Das ist doch definitiv eine Anspielung hier, oder? Ah, da hinten verschwimmt die Map ein bisschen, oder? Liebes Ubisoft Team. So, den Nono haben wir schon mal ausgemärzt. Der ist an allen vorbeigerannt hier. So, nun, 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 nun. Barriere-Pärz. So, dann schauen wir mal. Na, Alex. Der wurde doch gerade von der anderen Seite gestoßen, oder? Oh Gott, oh Gott, ich komme nicht weg, ich komme nicht weg, ich komme nicht weg. Ist meine Kanal überhaupt hochgegangen? Ich weiß es nicht. Jetzt läuft damit. Okay, aber ich habe auch gerade gestorben. Es kostet uns nicht so unser Ding, ne? Im Moment. Oh, cool. Mein Video ist fertig. Fertig gerendert. Cool, die haben sie weggesniped. Oh, von hinten. Sehr gut. Von hinten. Entfreund, von hinten gibt es kein Kindergeld. Bombkiller hier, was ist denn da los? Lieber Kubi. Was soll denn der wisst? So, guck mal. Kommt hier nochmal einer? Scheinbar ja. So, mach runter, mein Freund. Genau, okay, das Ding aktivieren. Oh, was ist da los? Ich höre hier unten, Schritte. Wo sind sie denn die kleinen Lumpen? Da oben, denke ich mal. Der war schon weg. Oh, auf mich wurde Gott gesniped. Den Sniper muss ich mir holen. Das wird sonst zu gefährlich hier. Aha. Okay. Okay. Okay, das stand also da oben. Scheibenplaster. Hätte ich mir holen können. Hätte ich mich umgedreht, hätte ich mir den holen können. Naja. Was soll's? Hol ich mir jetzt. So, Ossi, tut mir leid. Oh, von der anderen Seite noch. Schade. Habe ich ganz in Ruhe nachgeladen hier. Der kleine Ossi hat gesniped. So, weiter geht's. Machen wir gleich nochmal das Ganze. Paket fällt zurück. Warum? Was machen die denn? Wegen dem hier unten. Wo sind sie denn? Moment. Nichts da. Alter, von hinten. Schon wieder. Die Camper. Diese kleinen Camper. So. Oben ist einer. Der wurde gerade weggeholt. Ach, schade. Ah, Mann ey. Da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Feuerkraft. Aber die M4 gibt nicht mehr her. Ich habe eigentlich schön auf den Kopf geschossen. einen kleinen Lumpen. Aha. So, QB. Kommt noch einer. Kurz Streufeuer gegeben hier. So, QB. Feindlicher Spion hat deine Position erfasst. Ja. Barriere eingesetzt. Kann er ja gerne machen. Der feindliche Spion. Ah, komm, einer von der Ecke hier. Das war sogar. Schaden blockiert. Guck mal. 40. Yes. 99,3%. Ey, Leute. Guckt noch mal kurz aktivieren das Ganze. So. Ah, ein Mike haben wir noch. Sehr schön. Nein, es zieht sich zurück. Nein, ich bin kein Rückzug hier. Das geht gar nicht. Ja, den haben wir noch. Und von der anderen Seite hat mich einer weggeholt. Doch, Ossi. Kopfschöße habe ich bekommen hier. Sehr geil. Stufe 30. Yes. Der kommt. Ich weiß nicht, ob da oben eine Tür ist. Mist. Ah, von der anderen Seite. Holen dir. Morbi, hinter dir. Mist. Oh, jetzt geht es wirklich zurück. 93% nur noch. Eineinhalb Minuten. Oh, jetzt habe ich kurz geschossen. Entschuldigung. So, Ossi. Tut mir leid. Und von der anderen Seite. Von zwei Seiten schon wieder eh. Mann. Wo sind meine Leute hin? Na, das ist doch wunderbar. Und jawohl. Schade. Na, die haben mich halt gesehen, ne? Die wussten, wo ich bin. Shit. Das war ein voller Headshot. Kacke. Ich glaube, ich bin ja nur am Spawn, ey. Jetzt geht es wieder in die richtige Richtung hier. Komm, explodiert doch. Ja, Mann. Werder geschossen. Ja, Leute, guckt mal hier an der Seite drin. Scheibenkleister. Müssen wir das Ding wieder laufen lassen hier. Wollt ihr? Ah. Könnte die Sanitäter brauchen. Nein. Oh, Mist. Mach ich selber. Nein. Das war ich selber. So ein Dreck. Die Runde geht zu Ende. Paket fällt zurück. Oh, von der anderen Seite. Nein. Da standen noch zwei von mir. Warum werde ich von der anderen Seite weggeschossen hier? Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Shit. Ah. Mein eigener Fortschritt ist 99,3. Mist. Ärgert mich. Und ich werde diesmal den Echelon nehmen. Mit einem Aufklärungsanzug. Weil, der hat mich in der letzten Runde angekostet. Könnt ihr gerne mal angucken. Wir hatten einen Fortschritt von 99,3%. Es ging nicht bis zum Schluss. Es ging nicht bis zum Schluss. So, wir gehen schon mal in Position. 9,8,7,6,5,4,3,2,1. Und meins. So. So, schauen wir mal. Hier oben kommen sie alle. Oh, von der Seite. Schade. Da ich dort nicht hinguckt. Und weiter. So. Vereidigen. Das Ganze. Den Kyuubi. Waffenstufe 31. Der Kyuubi. Den Kyuubi. Ah, schade. Komm, den holst du dir. Aber den holst du dir doch. Ja? So, komm. Respawn hier. Zack. Den muss er doch gesehen haben, oder? Der muss den gesehen haben. Der muss den gesehen haben. Hier unten in der Ecke lauerte Feind. Da. So. So, wir machen auch mal Echo hier. Suche nach Feinden. Das ist echt eine Megataktik. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Gott. Kann ich mich nochmal heilen hier? Kann ich nicht gut heißen, aber verstehen. Ich habe noch einen Kill-Assist bekommen beim Ossi hier. Ossi Osborne. So, wir lassen uns auf jeden Fall zurückziehen hier, das Ganze. Nein. Kein Sniper. Suche nach Feinden. Ah. Ja. Sehr schön. Es ist... Ich kriege bestimmt wieder die meisten Assistenz hier. Eliminiere die Widersacher. Interessant mit dem Paket vorzudringen. Ups. Da bin ich gar nicht lang. So, da wird geschossen. Ich brauche die einfach mal dahinter. Boah, schade, Mann. Ah. Einen habe ich erwischt hier. Einen wieder mitgenommen. Den Alex. Alex, wenn du das Video siehst, tut mir leid. Typix, wenn du das Video siehst, tut mir leid. Suche nach Feinden. Paketfortschrift sinkt. Oh, von der Anseite, wieder einer hier. Ah, der ist auch weg. Sehr schön. So, da kommen wir spawnen hier. Los, hopp, 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 hopp. Auf geht's. Auf geht's, Burm. Oh, die schießt ins Knie, ey. So, jetzt machen sie hier. Taktik hier. Links, rechts, geradeaus hier. Die kleinen Bubis. Na dann, die Taktik auch. Suche nach Feinden. Ach, Mist. Ah, der muss doch sterben, oder? Ach, nee, der hat ja Heilung. Der hat ja Heilung. So, wir haben das Ding aber. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja. Dominiert. Dominiert haben wir das Ganze. Sehr cool. Der Domse, ja, passt. Dominiert haben wir das Ganze. Der Domse hier. Macht das Ding. Sehr cool. Oh, guck mal, wozu Punkte. Wir sind immer dritter, äh, vierter. 3.900. Aber, immerhin. Der Neo hier ist sehr schön. Eskortierenpunkte habe ich 3.935 Punkte. Alter Schwede. Das ist ja richtig gut. Das ist ja richtig gut. Moralische Unterstützung war nur der Panschub. Naja, okay. Aber wir haben das Ganze dominiert. So, sehr schön. Da haben wir hier mal schön zwei Runden der Skortieren gespielt. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Und sage, ihr seid reingeblieben. Reingehauen. Die begrüße. Euer Rob. Ciao, macht's gut.